Sicherlich sind die auch als Support möglich, die Top-Learner. Kommen wir mal zurück zu dem Kloster. Naja, genau. Ich habe überlegt, das trage ich einfach offiziell ein und dann... Ja, nee, du brauchst, ich glaube, mindestens 50 Gläubiger brauchst du. Äh, nicht Gläubiger, Gläubige. Nicht Gläubiger. Äh, Mitglieder meinst. Mhm. Aber neue Religionen... Bedingungen... Schon schwierig, ne? Warte mal. Ja, aber ob man, aber, also, wir können ja auch wie so eine Art, wir können ja ein bisschen trainieren so, wir können ja uns so ein paar, wir können ja so ein Kampfkloster draus machen, dass man so ein bisschen, so Mönch, Mönch, so in die Richtung Mönch geht. Alter, wir machen den Drunken Style. Ja. Smoothie Thai und Alkohol. Ja, na, das ist es doch. Na, das ist es doch. Oder? Alter. Da müsste ich aber wirklich mal nachgucken, wie man sowas... Warte mal, warte mal. Nein, nein. Weil wenn wir das machen, dann müsste... Ich meine, es geht ja eigentlich nur drum, dass wir auf Spenden und, und, äh, und öffentlich... Also öffentliche Verwaltung wie Staat und Stadt und sowas, da kriegen wir ja Spenden von. Darauf läuft's ja hinaus, weil wir arbeiten ja nicht. Ja, ja. Ähm, das ist ja Sinn und Zweck von der Sache. Aber wir werden uns halt an solchen Events ab und zu mal beteiligen, dass wir dann halt ab und zu mal sowas aufführen, weißt du, so... Ja, ja, was meinst du? Und dass, dass mal so Touristen auch ab und zu mal bei uns rein dürfen. Ach so, ah, okay, okay, okay. Ja, und, und das, nee, dass wir so halt auch mal so, so ein bisschen, ja, dass man sich halt mal gegenseitig mal so ein bisschen was vorführt, so ein bisschen Kampfvorführung macht, mal ein bisschen. Und, äh, das muss ja alles anerkannt sein, so dann in der Stadt, ne? Wir müssen ja auch ein bisschen Image warnen, ne? Aber... Aber, du, 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 du hast noch was vergessen. Dass wir den Image warnen, ist zwar schon ganz gut, aber wir müssen das Wort, also unser eigenes Wort müssen wir den Leuten nahe bringen. Heißt? Du meinst, mit Bier und mit der Faust müssen wir den Leuten unser Wort... Den Weg zur Offenbarung zeigen. Ja, ja. Also, letzten Endes sind wir dann doch nichts anderes als die Kirche. Natürlich. Ja, die machen es halt bloß mit kleinen Kindern und einem Kolzkreuz. Das eine ist... Und Buch, und Buch. Und andere Staffel. Das musst du rausschneiden, Alter. Alter. Ja, ja. Ja, nee, wir müssen schon ein bisschen was anderes predigen, außer Kindervergewaltigung. Das können wir ja nicht machen. Das ist halt diese... Wir werden es halt bei diesem Drunken, ähm... Der Drunken-Style. Bei dem Drunken-Style werden wir es bleiben. Ist das eine Art von Karate oder war das eher Kung-Fu? Weil Karate ist ja eher aus Japan, Kung-Fu kommt ja eher aus... Korea. Weiter westlich, China. Aus Korea kommt das? Jo. Aus Korea ist Kung-Fu? Ich dachte, das ist aus China. Nee. Okay. Aber was weiß ich? Ich dachte, das ist aus China. Nee, Wing-Jung, das könnte aus China kommen. Stimmt. Wing-Jung hat doch hier dieser... Da gab es doch so einen Film drüber auch, über diesen einen Typen da. Hier wie ist er... Ib-Man. Kennst du die Filme? Der IP-Man. Der IP-Man. Ja, ich habe auch die IP-Adressen gehandelt. Der Telekom-Man kommt vorbei. Er kickt die Leitung frei. Ich hau den mal aus der Leitung, damit sie rein... Wie, 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 sie haben... Wie, wie, sie haben... Wie, wir haben einen schlechten Download. So, vor Batsche! So, zack, zwei GB Downloads. So, zack, zwei GB Downloads. Das sind die Telefonbuchse. So, nachdem wir hier auf der Telekom... Kick dich gegen die Telefonbuchse. Läuft! Oh, das ist gut.